Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um Luna Beauty und zwar habe ich mir zum ersten Mal was von der Marke bestellt. Das ist die Nude Prism Kollektion und die ist, also die Marke Luna Beauty ist von dem YouTuber ManyMUA. Ich glaube, der ist sehr bekannt. Er hat fast 5 Millionen Follower auf YouTube. Ich verlinke seinen Kanal unten und ich verlinke auch das Video zu dieser Kollektion unten. Er hat da einmal eine Lidschattenpalette rausgebracht, die Nude Prism Palette mit einer, wie ich finde, sehr schönen Verpackung. Das gefällt mir richtig gut. Das ist Pappe, aber sehr hochwertig hier mit so einem Magnetverschluss und die Einprägung, die ist so aufgestanzt oder ja, die hebt sich so ein bisschen ab. Das schorschiert auch so ein wenig, gefällt mir sehr gut, fühlt sich sehr hochwertig an. So sieht das gute Stück von innen aus. Ich bring es mal ganz nah ran, aber ich zeige auch später nochmal Swatches zu der Palette. Tipp die auch mal so ein bisschen, dass die vielleicht nicht ganz so ausgewaschen wird von meinem Licht hier oben. Eine, ja, erstmal auf den ersten Blick ziemlich langweilige Palette, eine sehr neutrale Palette. Ich habe aber gesagt, die anderen Paletten, die es momentan von ihm noch gibt, die sind mir fast zu farbenfroh. Aber das war eine, wo ich gesagt habe, ach, so eine neutrale Palette, das ist mal eine, da lohnt es sich für mich mal reinzuschnuppern in die Marke. Die Palette oder insgesamt die Sachen habe ich bei Purish bestellt. Da bestelle ich nicht ganz so oft, aber ich weiß, viele deutsche YouTuber haben da einen Code von. Ich habe da den Code von Jennys Highlights benutzt, Jennys15. Da spart man dann nochmal 15% und sie bekommt ein bisschen ein Kickback. Das finde ich immer sehr wichtig. Ich benutze immer wann möglich Affiliate Links, um auch die YouTuber zu unterstützen, die ich gerne sehe. Und da war ich dann ganz froh, nochmal ein paar Euros zu sparen. Ansonsten ohne Rabatte kostet die Palette 49,90 Euro. Dann kam mit dieser Kollektion noch eine Blush-Palette raus. Die ist in so einem Blau. Das finde ich auch wunderschön. Gefällt mir sehr gut, dadurch, dass das so ein bisschen absteht und so ein bisschen Glanz mit drin hat, wirkt das sehr schön. Die Produkte sind made in China und da ist eine 12 Monate Haltbarkeit angegeben und auch bei der Lidschattenpalette, da hat man insgesamt 25,56 Gramm und hier hat man 27,24 Gramm mit drin. Die Blush-Palette sieht so von nahem aus. Auch hier gucke ich mal, ob ich das irgendwie so einfangen kann, dass man vielleicht auch die Namen lesen kann. Ja, vielleicht jetzt hier. Die kostet 35,90 Euro ohne Rabatt. Wie gesagt, man kann da auf jeden Fall 15% drauf bekommen. Und ja, das sind auch sehr schöne neutrale Töne. Hier an der Seite nochmal so ein kräftiges Pink und auch ein kräftiger Orangeton und hier vorne eher so leichte, helle, zarte Töne. Hat mich auch sehr angesprochen. Ich habe mir sein Video im Vorfeld angesehen. Da hat er auch gemeint, dass wohl die Blush-Palette eines seiner Topseller ist. Und dann habe ich mir noch gekauft. Ich habe mir ein paar Lippenprodukte gekauft. Die werde ich aber jetzt hier nicht ausprobieren. Was in dieser Kollektion noch neu rausgekommen ist und auch, glaube ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, neu für die Marke ist, ist das Lip Oil. Das sieht so aus. Ich finde die Verpackung sehr schön. Hier vorne ist, das ist so ein bisschen frosted und da unten kann man dann die Farbe so ein bisschen erkennen. Ich habe hier die Farbe Dermy. Ich glaube, es gibt drei oder vier Farben, aber er hat die geswatcht. Die sehen alle ziemlich durchsichtig aus und man kann da nicht wirklich einen großen Unterschied erkennen. Deswegen, glaube ich, spielt es bei denen jetzt nicht so eine große Rolle, was man für eine Farbe nimmt. Und das Lipöl würde 18,90 Euro ohne Rabatt kosten. Und ich habe mehrere Looks mit der Palette geschminkt. Ich habe auch alle Blushes aufgetragen und einen Look, da nehme ich euch jetzt mit und die anderen blende ich später ein. Und deswegen springen wir am besten jetzt direkt ein wenig in die Vergangenheit. So, dann starten wir mal in den jetzigen Augenlook. Ich habe schon mit ganz vielen Farben gespielt, also ganz vielen. Ich habe viel Looks geschminkt. Und jetzt, denke ich, gehe ich so ein bisschen in die rosige Richtung. Ich starte mal mit einem Sonja-Chi Mini-Booster-Pinsel aus dem Sky-Set und gehe in die Farbe Cherry Blossom. Das ist hier die zweite. Und nehme das mal auf. Man hat so ein bisschen Puder-Kickback, aber nicht viel im Pfännchen, aber sie sind insgesamt schon ein wenig pudrig, die Lidschatten. Ich habe jetzt gut abgeklopft, aber auch der helle Ton ist auf jeden Fall sichtbar. Das ist ein schöner Farbton zum Warmwerden. Und dann gehe ich mit dem gleichen Pinsel mal in den Ton Milk Tea. Der sieht ja so ein wenig kühler aus, weil der hat auch so was ein bisschen Mauviges. Also das ist nicht so ein richtiger Grauton, sondern der hat auch so einen rosigen Unterton mit drin. Gerade mit dem Cherry Blossom kombiniert. Das ist ein schöner Ton. Mir gefallen ja so kühle Farbtöne sehr gut. Und der ist von der Pigmentierung so. Also ich bin jetzt schon gut rein, habe jetzt auch nicht abgeklopft. Die sind so pigmentiert, man kann die aufbauen, aber sind jetzt nicht, also zumindest die hellen Töne nicht gleich so pigmentiert, dass man nicht mit arbeiten kann. Was ich ganz gut finde, dass sie sich schön verblenden lassen. So ein bisschen mehr so dusty rose mäßig aus. Und dann gehe ich mit dem kleinen Pinsel von Sonja-Chi aus dem Lotto-Set, dem Soft Definer, gehe ich in die Farbe Sakura, hier ganz außen. Und den gebe ich auch nochmal so ein bisschen mehr so in die Mitte rein. Und jetzt möchte ich so ein wenig mehr das pinkene Lina mit reinbringen. Der hat schon fast so ein bisschen einen pinken Unterton. Und gehe ich mit dem auch hier unten entlang. Und dann sieht das erstmal so aus. Also sie lassen sich schon übereinander aufbauen. Ich glaube aber, möchte man so richtig viel Farbtiefe oder den Ton alleine mehr rausbekommen, ist es natürlich besser, den auch als erstes aufzutragen. Ich habe den ja jetzt ein wenig so mit dem Milk Tea gemixt hier außen. Ich habe mal wieder das Licht etwas runtergedreht, weil dann kommt die Farbe, glaube ich, mehr so raus oder die Farben mehr so raus, wie sie auch wirklich sind. Ich gehe jetzt mit dem Finger in die Farbe Sam. Das ist auch so ein bisschen ein rosiger Ton. Das lässt sich sehr gut mit dem Finger auftragen. Ich habe kaum Fallout. Das ist sehr schön. Dann nehme ich mir nochmal so einen flachen Pinsel, die 21 von Refra. Gehe auch in die Farbe rein, sprühe den jetzt nicht an. Und verfeinere mir das so ein bisschen noch. Ich habe mir den jetzt auch in den Inner Corner gegeben. Und gehe jetzt nochmal einen Touch in den So Icy rein. Mit dem gleichen Pinsel. Und gebe mir das einfach hier vorne nochmal so ein wenig mit drüber. So einen Hauch mehr Helligkeit. Und dann nehme ich so einen ganz kleinen Pinsel. Das ist jetzt von Wayne Goss, die Nummer 7. Und damit gehe ich in den Ton hier, die Bloom For You. Und da verdichte ich ein bisschen meinen Wimpernkranz. Und ziehe mir so einen Mini Wing. Da habe ich jetzt ein bisschen Fallout, weil ich den kleinen auch nicht so abgeklopft habe. Das mache ich jetzt mal nochmal. Dann wäre das mein fertiger Look. Die Eyeliner. Der auf der Seite hier ist mir so ein bisschen durcheinander geraten. Und ein bisschen dicker. Aber da mache ich mir immer nicht viel Kopf drum. Ich mache jetzt meine Mascara drauf. Verdichte mir ein bisschen den Wimpernkranz. Und dann sehen wir uns gleich wieder für die Blushes. So, dann ist das jetzt der fertige Look. Ich habe nur Mascara drauf gemacht. Und ein bisschen was von dem Multichrome Eyeliner. Von Danessa Myricks. In die Wasserlinie. Der so ein bisschen pinken Schiff mit drin. Das gefällt mir ganz gut. Und der Look gefällt mir jetzt auch ganz gut. So wie er rausgekommen ist. Auch mit diesen bisschen rosigen Tönen. Das finde ich ganz nett. Jetzt probiere ich nochmal zwei der Blushes aus. Die ich noch nicht probiert habe. Ich hatte mit den anderen Looks jeweils schon immer Blushes. Und habe da leider die pinken, die jetzt ja sehr gut passen würden, schon benutzt. Also mir sind nur noch die Nudigen übrig. Ich gehe als erstes Mal in die Farbe Beauty. Und nehme da etwas auf den Pinsel. Ich habe keinen Browser und nichts drauf. Ja, und das ist so ein bisschen mehr ins Peach gehender Blush Ton. Ich baue den auch mal etwas auf, damit man den auch gut sehen kann. Wie gesagt, passt jetzt überhaupt nicht zum Augenlook. Da hätte ich mal zwei Sekunden drüber nachdenken können. Das ist ein sehr schöner Ton. Das ist für mich auch so eine sehr schöne Alltagsfarbe. Ich mag auch gerne so ein bisschen Nudic Peachige Blushes. Und ich wische mir den Pinsel ab. Das ist der Soft Cheek von Sonja G. Und gehe in die Farbe Seisei rein. Das ist auch so ein nudiger Ton. Und der hat so ein bisschen Goldglitzer drin. Und der pudert auch etwas mehr jetzt als die anderen. Und der ist jetzt auch sehr soft pigmentiert. Also da konnte ich jetzt schon... Ich habe den Pinsel richtig reingelegt und nicht abgeklopft. Das ist ein sehr softer Blush. Man kann ihn etwas aufbauen. Das habe ich jetzt gemacht. Aber ich habe jetzt auch viel Produkt verwendet. Von dem Glitzer kann ich nichts erkennen. Was ich aber erkennen kann, dass das Puder ein sehr schönes Hautbild macht. Also das gefällt mir richtig gut. Die Formulierung von den Blushes finde ich sehr schön. Das sind jetzt die zwei Farben. Einmal die Farbe Beauty. Und Seisei. Sehr schön. Die gefallen mir gut. Ich mache jetzt einfach, um das so ein wenig anzupassen. Ich gehe jetzt auch mit dem selben Pinsel ein bisschen in die Farbe hier rein. In die Pink Prince. Und gebe mir das einfach nochmal so ein wenig hier mit drüber. Mal schauen, was passiert. Das weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Idee war. Ich glaube, bei dem hier drüben, da geht es auf jeden Fall besser, um ein bisschen Kühle mit reinzubringen. So einen Hauch haben wir da jetzt. Was mir sehr gut gefällt, egal wie sehr ich die jetzt stapel, eigentlich sieht meine Haut fast immer noch besser aus, anstatt schlechter. Also das ist richtig schön. Und dann, wenn wir schon so nah dran sind, probiere ich noch das Lippenöl aus. Das hat er auch, glaube ich, in drei oder in vier Farben rausgebracht. Aber ich habe mir sein Video angesehen und die Farben sind alle so durchscheinend, dass es im Grunde, glaube ich, nicht wirklich einen Unterschied macht, welche Farbe man möchte. Er meinte, das war jetzt so sein erster Step in so ein Lippenprodukt, was auch Pflege mit drin hat. So ein bisschen Skincare. Und da wollte er erst mal so leichte Farben. Sollten die aber gut ankommen und mehr Farbe gewünscht sein, dann würde er das auch machen. Ich habe jetzt die Farbe Dermi. Die riechen wohl alle ein bisschen anders. Und ich habe aber heute so eine zu ne Nase. Ich rieche gar nichts. Ich rieche was Fruchtiges. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, was es ist. Ich swatch den mal kurz auf meiner Hand. Und da sieht man, ja, da ist so ein leichter, ganz leichter Rosé-Tint drin. Aber im Prinzip nicht zu erkennen. Das ist auch heute genau das Richtige für meine Lippen. Weil die schon wieder überall aufplatzen. So einen leichten, süßlichen Geschmack nehme ich wahr. Aber jetzt ganz soft, nichts, was mich jetzt stört. Das gefällt mir ganz gut. Das hat so richtig Glanz. Fast so, als wäre so ein bisschen was Metallisches da mit drin. Fühlt sich gut an. Fühlt sich pflegend an. Das ist genau das, was ich gerne trage, wenn meine Lippen so trocken sind. Bei Lippöl ist es so, die trage ich oftmals auch gerne alleine. Weil die sich nicht immer so gut mit Lippenstiften darunter vertragen. Manchmal lösen die auch die Lippenstifte aus. Deswegen würde ich mir da fast wünschen, dass er da doch nochmal mit Wegen rauskommt, die etwas mehr Farbtiefe haben. Ansonsten ist es halt so ein heller, fast metallischer Glanz da mit drin. Fühlt sich aber im ersten Moment mal ganz gut an. So, dann ist jetzt das der Look von Weiten. Ich musste meine Ohrringe rausnehmen. Ich bin da gerade an einem so hängen geblieben. Aua. Deswegen musste ich die gerade mal rausnehmen. Ich habe jetzt von dem hellen Blush, also diesen nudigen, dem Seisei, den habe ich jetzt auch noch etwas über meine Stirn gegeben, weil ich keinen Browser drauf habe, um noch ein wenig Wärme in mein Gesicht zu bringen. Und ich finde, das klappt bei meiner hellen Haut wunderbar. Das sieht gut aus. Der ist nicht zu peachig, dass das irgendwie, ja, so ganz komisch aussieht. Ich kann da so ein bisschen Glanz erkennen in dem Farbton. Der ist auch etwas staubiger als die anderen. Also der fühlt sich etwas rauer an. Das ist aber wahrscheinlich auch wegen diesen kleinen Glitzerpartikeln drin. Stört mich jetzt aber nicht. Also kann jetzt die Glitzerpartikel auch auf so eine normale Distanz nicht erkennen. Ich gehe mal hier direkt auf die Seite, weil dann kann ich hier auch nochmal die Looks einblenden, die ich mit der Palette geschminkt habe. Zu der Palette, das ist ja jetzt mein erster Eindruck oder das erste Mal, dass ich von Luna Beauty was ausprobiere. Sie hatten ja diese ganz berühmte Club Moon Spell Volume 1, wenn ich mich richtig erinnere. Die war ja sehr gehypt und da haben ganz viele von geschwärmt. Die habe ich irgendwie verpasst, als ich sie dann wollte, war sie ausverkauft. Bei der zweiten Palette, da hat mir das Farbschema nicht gefallen. Da habe ich auch gehört, dass die Qualität nicht ganz so gut gewesen sein soll, wie jetzt zum Beispiel bei der ersten. Das kann ich natürlich jetzt insgesamt gar nicht beurteilen, weil es meine erste Palette ist. Er meinte aber in seinem Video, dass er irgendwie, glaube ich, mit einer neuen Firma zusammengearbeitet hat. Also die Palette ist hergestellt in China und dass die gerade die Schimmerfarben auch eine neue Formulierung haben. Also ich muss sagen, insgesamt die matten Lidschatten, mit denen lässt sich gut arbeiten. Ich denke, wenn man zu viele übereinander stapelt, das könnte dann nicht so gut aussehen. Aber ansonsten alles völlig in Ordnung. Ich finde, das ging kinderleicht auch. Ich habe ja einen Look mit diesem, ja, so lila-purple-Ton geschminkt und das sind ja oftmals so ein bisschen schwierigere Farben. Und auch der, mit dem kam ich gut klar. Da habe ich im Prinzip nur den einen Ton in die Crease hier dunkel reingegeben und habe es dann verblendet, sodass ich gar keinen anderen nochmal Verblenderton gebraucht habe. Also das war der Ton und dann bin ich nur, ich glaube, mit dem weißen Schimmer dann drüber. Sehr schön. Also was mir auch richtig gut gefällt, sind die Schimmerfarben. Die haben eine sehr schöne Strahlkraft. Die sind sehr schön cremig. Er meinte, wenn man gar kein Fallout haben möchte, sollte man halt mit dem Finger arbeiten oder die auch ansprühen. Ich muss aber sagen, dass die kaum Fallout haben, auch mit dem Pinsel nicht, auch ohne Ansprühen. Also da bin ich weitaus mehr Fallout von vielen anderen Shimmer Shades gewohnt. Also die haben mir richtig gut gefallen. Die matten Farben sind grundsolide, sehr schön mitzuarbeiten. Jetzt nichts, was mich völlig aus den Socken gerissen hätte. Also insgesamt haben mir die Schimmerfarben ein bisschen besser gefallen als jetzt die matten. Aber alles in allem eine sehr schöne Palette, mit der sich gut arbeiten lässt. Dürfte ich mir was wünschen, hätte ich gesagt, okay, ich muss jetzt nicht 18 Farben haben. Also auch die drei matten Töne hier oben oder die vier, da hätte ich nicht alle vier in diesen Farben gebraucht. Ja, man kann es so ein bisschen monochromatisch machen dadurch, aber ich für mich hätte jetzt nicht so viel matte Töne da drin gebraucht. Und auch bei den Schimmerfarben, also ich hätte lieber mehr Schimmerfarben reingemacht, aber auch bei diesen sechs Schimmerfarben, da finde ich so, dass jetzt diese bronzigen Farben doch ähnlich sind. Also wenn man sie auf jeden Fall auf dem Augenlid hat, ist auf der erste hier, der zweite und der Sam, die sind so ein bisschen anders. Da ist der Sam, aber die anderen drei, wie man sehen kann, ja, die unterscheiden sich von den Untertönen. Und da ist der eine so ein bisschen mehr peachig und der andere ist so ein bisschen mehr bronzig. Aber ich finde, auf dem Auge oder auch gerade wenn man die zwei nebeneinander aufträgt, dann ist das nicht so viel Unterschied. Die sind alle schön, aber bei in dem Fall 18 Farben und da für mich nur sechs Schimmerfarben, hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht nochmal irgendwie so einen dunklen Bärnton mit reinbringt oder etwas Variationsmöglichkeit gibt. Ich glaube, die Schimmerfarben sind eher auf der hellen Seite bis auf der einzige richtige so bronzige Ton. Und der gibt so ein bisschen Tiefe mit rein. Da hätte ich jetzt einfach noch einen tieferen gewählt, anstatt so viele Bronztöne, die dann auf dem Auge gleich wirken. Insgesamt aber bin ich sehr zufrieden mit der Palette. Die Verpackung finde ich sehr schön. Das ist zwar Cardboard, aber das ist sehr schön gemacht. Dadurch, dass diese Einprägung ja so nach außen steht und auch die Blumen hier, wirkt das sehr hochwertig. Das gefällt mir gut und da bin ich froh, eine Palette zu haben, die ich sicherlich benutzen werde. Das ist so eine nicht drüber nachdenken Palette, einfach easy to go Palette. Da kann man schöne Looks mit schminken. Man kann schon auch in die Tiefe gehen. Also man kann auch smokige Looks mit schminken. Das finde ich da von der Range insgesamt sehr gut, dass es von wirklich hell bis sehr dunkel geht. Das hat mir gut gefallen. Alles in allem bin ich da mit meinem Einkauf richtig zufrieden und auch mit der Erfahrung richtig zufrieden. Ich finde das eine sehr schöne Lidschattenqualität. Was mich ein bisschen noch mehr begeistert hat, ist die Blushpalette, muss ich tatsächlich sagen. Erstens mal, die Farbauswahl ist jetzt genau meins. Man hat so ein paar nudigere Töne und so im Prinzip vier helle Töne hier mit dabei. Und man hat dann nochmal zwei so kräftige Farben, einmal Pink, einmal Peach. Da ist für mich alles dabei, was mein Herz begehrt. Auch gerade die helleren Farben sind für meine helle Haut, für auf die Schnelle sehr schön bei den helleren Farben. Also die sind insgesamt auch soft pigmentiert. Also kann man ganz soft auftragen, aber sie lassen sich auch aufbauen. Die zwei hier unten, die waren auf meiner Haut schon ziemlich gut pigmentiert. Da muss ich auch nicht aufbauen, aber die kann man auch aufbauen. Das sind jetzt matte Blushes, auch so einfache, nicht drüber nachdenken Blushes. Sehr schön, die gefallen mir richtig gut. Sehr schöne Konsistenz, sehr schöne Farben. Er hat ja schon eine erste Blushpalette. Da meinte er, das war schon der volle Bestseller. Wenn das die gleiche Formulierung ist, kann ich mir das gut vorstellen. Für mich sind das die idealen Farben, weil ich die Farben auch sehr gerne mag. Deswegen bin ich super zufrieden, dass ich die mir gekauft habe. Und die werde ich sicherlich öfter nutzen. Auch hier die Verpackung, wunderschön das gleiche, dass das hier oben so ein bisschen nach oben gestanzt ist. Das gefällt mir gut. Die hat ein schönes Gewicht. Also auch dieses Cardboard, also obwohl es so Pappe ist, fühlt sich sehr hochwertig an. Ein sehr schöner Spiegel mit drin. Ich mag das immer gerne, weil ich schminke mich auch mit den Spiegeln. Ja, man braucht eigentlich nicht in jedem einen, aber ich meckere auch nicht, wenn einer drin ist. Das fühlt sich insgesamt sehr gut an. Und da finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen. Das Lipöl gefällt mir im ersten Moment auch sehr gut. Da würde ich mir ein bisschen mehr Farbe wünschen. Das muss ich jetzt aber auch ein bisschen tragen, um zu sehen, okay, tut das auch meinen Lippen gut? Also hat das wirklich pflegende Eigenschaften oder nicht? Lidschattenpalette und Blushes, wenn einem die Farben gefallen. Ich meine, das ist bei der Lidschattenpalette, das ist halt eine neutrale Palette. Sind da jetzt irgendwelche Farben drin, die man noch nie gesehen hat? Nein, sicherlich nicht. Die habe ich alle schon zu Genüge in meiner Sammlung. Ich finde aber so, wie sie aufgemacht ist, sehr schön. Und die Schimmerformulierung gefällt mir so gut, dass ich mit Sicherheit zu dieser neutralen Palette doch auch öfter greifen werde, wenn ich so ein bisschen mehr Glanz habe. Ich habe ja jetzt die Kalahari-Palette von Byredo. Die geht aber so von der Farbrichtung noch mehr in so Sandtönen oder Wüstenlandschaft. Also das ist eine andere Farbrichtung und die hat einen anderen Schimmer. Also das hier ist schon eine, da sieht man schon was. Ich glaube auch, wenn da die Sonne drauf fällt, also beim Swatchen, da hat das richtig gefunkelt. Dann hat das schon noch mal mehr Strahlkraft. Das sind halt so Formulierungen, da sehe ich dann auch meine Augenfältchen ein bisschen mehr. Das ist ganz normal. Das stört mich aber auch nicht, wenn ich Glanz tragen will. Dann lasse ich mich von meinen knittrigen Augen auch nicht abhalten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Was sagt ihr denn? Many MUA ist ja sehr bekannt. Also da denke ich, dass viele schon Produkte von ihm haben. Für mich war es jetzt ganz neu. Schreibt mir mal gerne eure Erfahrungen mit oder ob es noch irgendwas gibt von der Marke, was ihr unbedingt empfehlen könnt. Dann lasst mich das auch gerne wissen. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.